Ich bin jetzt schon wieder vorbei. Ja, nicht so wild rumtoben. Pumpelt ein bisschen jetzt. Hast du dich verhüllt? Zumindest wieder. Was für das? Kommt davon, wenn man einen so anstrengt. Ja, so, in der Art. Genau. Oh, Mutter, das tut auch nicht richtig. Ja, da können wir was mit anfangen. Der Reisebericht steht, oder? Ja, der Reisebericht ist schon so gut wie fertig. Ja, du komm, nun öpfer dich nochmal. Ja, leg dich doch nochmal da hin. Ja, das macht euch nochmal lustig. Sie ist schon so schleimig. Oder wir nehmen wir Wackern. Das ist Susanne voll im Einsatz. Das ist alles. Susanne macht das gut, die nehmen wir wieder mit. Die gibt alles. Die gibt alles für den Dacke. Das ist gut. Ja. Das war's für heute.